Hallo und herzlich willkommen beim Unboxing von der Wii U Das ist jetzt das Premium Pack mit dem Zombie U mit drin Lass uns erstmal kurz auf das Paket hier Es kam jetzt heute erst hier reingeschneit Es kam ja auch heute erst raus Schön verpackt hier natürlich Das schaut natürlich sehr edel aus, muss ich schon sagen Schon allein die Verpackung Also von der Wii Das ist eben das Zombie Premium Pack Limited Edition sogar Sieht man ja hier, voll cool Hat nicht jeder Gibt es auch schon nicht mehr zu kaufen soweit Jetzt schauen wir mal weiter Mauerkatze Ubisoft steht natürlich drauf Muss man natürlich dazu sagen Das ist das Spiel wahrscheinlich Wenn es dann aufgehen würde So So Ah genau Das ist die andere Seite Na Dann muss ich das jetzt hier so machen Cool, ab 18 natürlich Dann muss ich hier so einmal Kabel natürlich So was hier denn ist Das ist natürlich das Gamepad, ne? Na, ich hoffe das sieht man jetzt. Ja, ohne, das würde ich hier zum Anschließen, ne? Gucken wir mal weiter. Das ist jetzt das Hauptteil, die Haupt. Natürlich die Wii U jetzt selber. Machen wir mal auf hier. Das sieht auch schon gut aus, schön schwarz natürlich. Und hier verpackt. Vorher kommt natürlich die CD rein. Power-Taste hier vorne. Da wo man dann die LCD, also da zum drücken, dass die CD rauskommt. Hier die ganzen Anschlüsse. Hinten dran. Hier auch nochmal. Nur mit Lüfter natürlich, braucht man ja. Wenn's heiß läuft. Jetzt kommt das nicht hin. Das haben wir zu leer sozusagen. Der Nintendo Network Premium, das ist da in diesem Premium-Paket jetzt mit drin. Hat dementsprechend ja auch ein bisschen mehr gekostet. Das ist dann, ich glaub ein Jahr, hat man dann dieses Premium-Paket sozusagen. Von der Wii U. Vermutlich jetzt, man muss sich ja noch anschauen. Das ist jetzt das Spiel. Von vorne jetzt, ab 18 natürlich wieder. Und hier, wie man das denn steuert hier hinten. Kann man sich ja auch im Internet anschauen, wie das Spiel eigentlich ausschaut. Also die Hülle. So. Dann haben wir hier noch. Kann auch die ganze Halterung oder was auch immer. Das muss ich mal schauen. Das ist das Anschlusskabel vermutlich jetzt auch mal. Keine Ahnung, ein Kabel halt. So. Hier nochmal irgendeine Halterung. Wie gesagt, das muss man sich noch alles anschauen, wenn's soweit ist. Weil es ist ja eine neue Konsole. Die Sensorleiste, wie bei jeder Wii. Natürlich, wie bei der alten auch. Da ist jetzt. Mal gucken. Adapter, ja. Jo. Dann brauchst du ihn wahrscheinlich für die... Warte mal. Müssen wir mal gucken. So, da fehlt, glaube ich. Glaub ich. Ja, eigentlich. Das sind, wie gesagt, die ganzen Kabel. Ne. Ganz schön viele Kabel sind auch hier jetzt, ne. Genau. So. Ja, das war eigentlich soweit alles. Und da hinten, genau. Ja, sag ich doch, dass was fehlt, ne. Hab ich doch gewusst. Ja, meine Freunde. Das wichtigste natürlich, ne. Das, was ja die Neuerung ist. Dieses schöne Teil. Womit man dann natürlich auch steuern kann. Hier. Hier die ganzen Hebel natürlich. Schöneres Display. Oder größeres in dem Fall auch. Home-Taste. Damit man eben zurückkommt, bitte. TV-Control. Also diese hier. Power. Diese ganzen. Also. XYBA. Was man ja schon kennt. Start. Select. Da oben mit einer Kamera sogar. Ne. So ungefähr. Jetzt guck ich mal da hinten. Genau. Das ist halt jetzt. Das kennt man ja von hinten. Und diese. Genau. Diese L- und R-Tasten natürlich. Die sind auch wieder dabei. Und MZR und ZL. Genau. Das sind jetzt die ganzen Sachen, was in diesem Premium-Pack Zombie-U drin ist. Kann man natürlich hier hinten, was ich gesehen habe, auch natürlich einen Kopfhörer anstecken, falls man jetzt die Leute nicht stören will. Mit der Lautstärke. Was haben wir hier noch? Ja. Das war eigentlich jetzt soweit alles. Ich schau's mir heute mal an, wie das sich spielt. Und dann schauen wir mal, wie es denn so läuft. Also hier nochmal ganz kurz die ganzen. Nur ganz kurz das Wichtigste nochmal. Also nochmal hier die Wii. Moment. So. Die Wii. Das Pad. Das Spiel. Hier. Und noch ein bisschen dieses Game-Pack. Das ist jetzt so eben mit drin. Und das Kabelsalat. Die ganzen Kabeldinger. Die braucht man ja nicht unbedingt zeigen. Genau. Und das Premium-Pack eben, was ich da mit dabei habe. Das war eigentlich soweit alles. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.